Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Part Let's Text Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4. Ja, wir legen einfach mal direkt los. Geschichte fortsetzen. Kessel! Oh, okay. Sind im Gemeinschaftsraum. Ach, egal. Bringt ja jetzt eh nichts, wenn wir jetzt hier... Müssen wir jetzt hier... ...Zeug zerstören? Was müssen wir dann jetzt hier machen? Da hatten wir, glaube ich, eh schon mal alles her, genau. Das ist jetzt keine Story, also... ...laufe ich einfach mal weiter. Hm. Wo muss ich denn jetzt hin? Na los, Geist! Habe ich das an? Muss ich das extra nochmal anschalten? Geister-Stats einsammeln. ...aus. Jetzt muss ich das jedes Mal anschalten, oder wie? So. Ich lass mir die Story nämlich nicht entgehen. Das ist nämlich ganz schön viel. Jedes Mal tausend. Haha. Hallo. Ach so. Ja, ja, ja. Ob das noch vom letzten Mal war? Weil ich hatte das ja letztens umgedreht. So. Schön alle Punkte einsammeln. Wie viel Geld es halt einfach gibt. Da laufe ich dann auch mal lieber nicht voraus. So, warte. Ich mein, gebt euch das mal. Hö, hö. Das ist ja schon fast wie Cheaten eigentlich. Aber nun ja. Hier soll's recht sein. Hi, hi. Pünktchen für's Pünktchen. Pünktchen fürs Pünktchen. Ja, ja. Nein, nein. Dann hätte ich schnell draufspringen eigentlich. Oh. Stopp. Nein. Sag mal. Ach so. Hm. Hä? 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 Oh. 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 Ein Pinkelefaller! So. Das ist die Story. Schauen wir mal. Das ist keine Story. Aber gibt's nicht mehr Punkte. Guck mal hier. Ach, das werden schon eine Warte mehr rauskommen. Ach, er kann's auch noch nicht, oder wie? Deshalb... Kann er noch nicht. Oder wie? Shit. Ach, tatsächlich. Er muss es erst noch lernen. Deshalb konnte er das nie machen. Ist ja ganz schön nervig. Ha! Ist doch eigentlich merkwürdig, dass er das gerade... Eigentlich konnte er es doch am besten zu... oder? Ich meine, er konnte das von Snape ihm beibringen. Ich muss nicht... Vielleicht kann ich gar nicht mehr... Was ist wahrgenommen? Was ist das denn? Oclomentic? War das Oclomentic? Oclomentic hieß das. Wo er seinen Geist verschließen muss vor... Voldemort. Ich hab den Namen gesagt. Halt. Kommt! Kommt! Ah... So, und jetzt? Oh. Na schön. Dann halt dich. Diese ganzen Stühle, wenn sie mal im Weg rumstehen, das ist ja schlimm. Diesen Rumpfkopf da. Na, Punkte? Geht doch. Gib mir die Punkte, ich brauche sie. Ich bin jung und kaufe sie. Ah, was brauche ich denn? Die komischen Schuhe. So, es ist schon wieder so'n schlechter Sound. Wackelt da nicht so gut mit mir. Schrumpfkopfi. Auge mit Google. Oh, komm. So, und du? Oh, hallo? Geht's noch? Das war ja... Ich mein, ich war da, aber Punkt. Habe ich das nicht gekriegt? Wäre ich sehr verärgert gewesen. Lieber Herr Demintroa. So. Dann hätte ich die Stich total fertig gemacht. So. So. So, und was kann ich damit... So, und was kann ich damit... So, und was kann ich damit... So, was kann ich da nicht... So, dass ich... So- So. Ja, ich hab's geschafft! Es ist so ruhig, der Turm. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir immer so ist. Aber bei mir ist der Turm echt immer irgendwie schlecht. Ich weiß nicht. Es wird ja so... Ich weiß, dass es immer so ist. So, machen wir fertig. Ich bekomme jetzt sogar die meisten. So und denke, deshalb mache ich das eben auch nicht. Ich kenne das doch. So, ja. So, ich bin jetzt weg. 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 Uuuuuhh. Yay, lauter Kumpel. Da haben wir noch. Hallo? Das wäre ganz nett. Ich sehe dahinter nicht. Ich sehe die Kumpel. Ich bin gerade ein bisschen leise. Ach Mist. Ich habe gerade gar nicht gecheckt, dass ich irgendwie nichts gesagt habe. Es tut mir echt sehr leid. Ich hatte gerade nämlich irgendwie... Ich guckte da zu holen. Also das hatte es auch mal nie, dass ich irgendwie... ...irgendwie nicht gepeilt habe, dass ich... ...eigentlich aber was sagen könnte. Ich... 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 Ich fliff gerade nur... ...durch in diesem Level. Irgendwo komme ich hoch. Oh komm! Oh komm! Oh komm! Oh komm! Ich hoffe nicht. Nur wegen Tier-Harry. Ach Harry... So. Gut. Und wo ist der Letzte? Vielleicht der Zauberer hier. Ich hab's doch... Ja. Ehrschade. Hm. Das ist ja mal wieder richtig cool. Was ist das eigentlich? Ich find es nicht. Wo ist der Letzte? Hallo? Hallo? Was ist das fies? Da haben wir so einen Krieger? Denkt mir jetzt gerade aber auch nicht so viel. Wo ist denn die Letzte Kiste? Ey, hier sind echt grustige Sachen. Ich kann auch nicht an den Doofen glauben. Ich bin da schon nicht so blöd für, ne? Hä? Was soll er denn hier? Ja, ich... Jetzt könnte er doch kurz noch wieder wegmachen. Oh, Harry. Echt? Ha! Jetzt komm ich nicht weiter. Ha! Habe ich eh schon. Ich hab ja doch eigentlich alles. Fest. So, dann probier ich das mal nochmal. Ich kann mir das ja nicht vorstellen, dass es... ...die daran liegt... Ah, zeigst du dann das Netz. Aber... ...henscheinlich krieg ich jetzt davon auch keine Kiste. Es schaut doch schon wieder aus, als wär schon wieder... Ich hab schon wieder bestimmt... ...irgendwas übersehen und... ...das hat bestimmt mit diesem blöden... ...Mustikding da zu tun. Oh, jetzt hab ich das auch umgeschmissen. Ich... ...kann... ...keine Ahnung. Vielleicht kriegst du das besser. Äh... ...mach mal. Äh... Oh no. Wie komm ich da hin? Ah! Ah! Der Typ nervt mich auch hier. Ich weiß doch, dass das... ...ja... Ja. Ich tu das jetzt einfach nochmal machen. Geschichte fortsetzen. Bla bla bla. Was passiert jetzt? Ich jetzt nochmal... So. Harry. Ich schätze auf die Punkte. Oh... Oh... ...mach... ...mach... Hallo! Hallo! Harry! Ich krieg noch ne Krise mit dir! Kotzt der mich an, ey. Ohne Witz. Doch mal! Oh! Hör doch auf! Ja, danke. So. So, und jetzt tun wir das Zusammenbau. Wenn wir uns da ein Schicksalding haben, und jetzt ist das ein Scheiß-Filmsequenz-Ding. Was ist denn da? Ja. Ja. Das heißt, jetzt wird es schon viel. Funkte überall. Nochmal brauche ich nicht das ganze Funken einsamen hier. Ich lasse mich wieder mal verarbeiten. Los, hol dir den Funken! Was? So. Ihr seid schrecklich dabei. So, bitte! So, und jetzt der Letzte. Oh, ich hab die scheiß Stühle schon wieder umgeschlüsselt. Oh, Mann, no. So kann ich hier nicht weiter. Ich find das nicht gut. Hä? Oh, Mann. Wow! Oh, Mann! Oh! 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 Jetzt komm hier echt nicht weiter. Da is' Schraubfkopf. Egal. Oh! 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 So ist die letzte Piste! Kommt die vielleicht mehr nicht, aber ich hab noch alle schon gekämpft gehabt. So. Überall. Ich hab keine Ahnung. So, ich hab keine Ahnung. Ach, ey. Das ist echt zu kurz, ne? Los. Lass den. Prost machen. Was ist das? Scheiße. Sag mal, was muss ich? Bin ich blind? Die Piste muss doch hier irgendwo stehen. Oh, da komm ich nur wohin. Hä? Fick dich. Oh, Mann. Ich will. Ich will. Ich will. Das ist die Flecht. Oh, ne. Die sind so doof. Okay. Ich will da gleich gar nichts. Am besten mehr dazu sagen. Okay, sowas ist dann nochmal schlimm, wenn ich sowas seh. Wenn ich mit der Aufnahme nochmal anstelle. Und das dann seh. Wie sehr ich mich doof anstelle. Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Ja. Ah. So. Jetzt will ich hier bitte weg. So, was nervlich. Wo ist mein Geist? Hallo. Mhm. Oh Gott. Echt? Sowas ist doch scheiße. So, jetzt folgen wir den Geist. pars прошлonders. Ach, zuerst. Ich mach jetzt ne kleine Pause. Und krieg mich erstmal wieder ein mit meiner Laune. Oh, Mann. Das ist schon Indiebend. Dann bis zum nächsten Mal. Äääh. Tschülü! Ne. Okay.